Und hier wird der Kaffee! Es braucht unglaubliches Vertrauen, gegenseitig, dass man so was macht. Und dafür wollen wir ein bisschen Applaus hier haben, bitte, für den Rocky Jungen Antonio! So, DJ Mosack, groovt uns hier schon mal in der Agenda. So was, da bin ich mir ganz sicher, die zwei Lokos aus Spanien! Der Vorteil, der trifft in der Luft bei zwei Personen. Unplan richtig weit. Da steigt noch was hoch drauf zu kommen. Ja! Es ist einfach nur komplett gestört. Ich weiß nicht, wie gut man befreitert sein muss für diesen Vertrauensakt. Und jetzt passiert hier wieder was ganz ganz spezielles. Der Rocky hat sich jetzt vorne hingesetzt, denn die wollen jetzt ihren Signature Trick präsentieren. den Inside Burial. Sie wollen in der Luft Positionen tauschen. Der Vordere putzt nach hinten, unter den Reinen durch. Und wenn die das schaffen, dann bitte nochmal richtig auszucken für die zwei Herrschaften. Das ist wirklich absolut gestört. Für alle, die jetzt gerade geschlagen haben. Die wollen gegen der Luft die Positionen. Er stimmt wenig wie schluss. Was glaubt ihr für die beiden? Und das? Ja! Und noch den Dorn hat hinten reingesteckt. Jetzt! Und da sind sie denn, coi? Und da sind sie denn, coi? Und da sind sie denn, coi? Und da sind sie denn? Da ist sie nie gewählt und nein.